Hallo Leute, willkommen zurück bei Reptox für unser Let's Play House Flipper und neue Folge mit Schlafzimmer zu Hause die letzte was wir haben gekauft so dass ich habe gekauft und jetzt es gibt auch Neuheit ja die Badzimmer habe ich alles gefließt es kommt noch einige sache dazu das muss man auch sehen in der Folge weiß ich nicht vielleicht so dem Flur habe ich auch fertig ja es ist auch wieder mit stein und farbe und dann die schlafzimmer so die schlafzimmer habe ich auch fertig mit tapet und farbe und ja wir gehen jetzt gerade in unsere wohnzimmer so in die wohnzimmer da wollte man auch jetzt alles fertig so in diese folge sowieso zuerst mal ja die strom die steckdose muss ich reparieren ja ich bin mittlerweile auch qualifizieren für steckdose zu reparieren in dem spiel es ist nicht so dass ist alles nicht möglich mit mir doch das ist alles möglich so wieder schrauben jawohl und dann wieder ihre steckdose jawohl das machen wir auch fertig die steckdose so diese steckdose so wo war noch ein steckdose kaputt es gibt keine mehr ich habe alles repariert ok gut dann ist wie folge ich wollte eine kamine ich will eine kamine und dafür werden wir auch eine kamine hinzufüge so dann muss ich auch sonstiges normalerweise ja was für ein kamine und bio kamine ja warum nicht an bio kamine was für farbe haben wir graue marmor oh ja warum nicht so jetzt aber ich muss das drehen weil sonst werden auch die kamine auch nicht funktioniert so aber es ist schön mit einem kamine oder so aber ich muss auch das auch richtig richtige habe ok ich guck mal ja ok eine bio kamine ok benutzt das machen wir auch jetzt ist auch etwas auch wieder sehr schön und gut jetzt muss man auch sehen was machen wir dazu ich glaube da könnte man auch irgendwie möbel nein möbel wollte man auch nicht ich werde sagen wir schauen über die sofas was kommt so in dem sehen der sache so eine schöne sofas hätte ich gern ein ex sofa das haben wir auch oft benutzt aber warum nicht etwas andere ein schickes sofa ja polsterung weiß dunkelblaue onig ja mit onig warum nicht ok gut aber jetzt die sofas werden wir sowieso hierher darüber machen weil ich glaube ich mal die fernseh über die kamine es kann auch wahrscheinlich auch funktioniert weil sonst ich weiß auch nicht wo können wir noch eine fernseher in die wohnzimmer machen so darüber werden auch die möglichkeit und drüber nein ich denke mal schön dass eine fernseh passt optimal oben wo die kamine von diese wunderbar kamine machen wir unsere fernseh so jetzt elektrische ausrüstung ja die tv tvtv v1 ja wohl an engen fernseh jawoll ja es passt auch schön die fernseh ist auch ihre ob das an schalt ja sehr geil und da werde ich auch sage ich mache noch einen tisch das wäre optimal ein tisch ein kleiner tisch die stichtige möbel tische ja eine kleine kleine kaffeetisch ja diese tisch zum beispiel ja in büsch büsch ok ich werde sagen das passt auch ganz genau ok aber dies auch nicht in die mit ich möchte das auch irgendwie auch in die mit platzieren so was für eine schöne wohnzimmer ja aber das ist noch nicht fertig da muss man auch sehen was man auch nebendran hier erstellt und diese große wand sowieso man könnte auch etwas andere in stellen so einstellen schreibtisch nein da werde ich sagen dadurch dass wir aber noch ein essenzimmer in die küche da könnte man auch ein so essenzimmer schrank in stellen kann man für das essenzimmer ja alles weiß sowieso ja ich werde das auch drüber so ihr anstelle ja weil irgendwie sie haben auch eine essenzimmer so wir haben ein essenzimmer aber wo kommt auch die ganze teller und wenn ist auch nicht alles vorhand so jetzt jawohl das passt auch schön gut dann werde ich auch sagen machen wir auch noch andere schränke nebendran so ein klassische kommode was ist das klassische kommode ja man könnte auch versuchen das werden auch sogar auch funktionieren sieht auch gut aus das ist auch die gleiche farbe schaut ihr das an super okay ich könnte auch noch nicht zurückgehen weil ja die tisch hat mich auch so und dadurch werde ich sagen wir machen noch eine eine regal für bücher weil jeder sagt auch ich habe keine platz für meine unterlage ja dadurch sagt man sich auch immer warum will der platz für unterlagen so ich werde sagen man kauft auch von diese hoppla ja es passt auch schön da habe ich auch mit einheiten gemacht die möbel ja sehr gut und drüber ich weiß nicht was machen wir da ist noch platz vielleicht ein kleine was könnte man machen was könnte man machen ja ich habe auch keine eizung gemacht ich muss man auch denken die eizung das ist auch schön alles zu stellen aber ohne eizung es werden auch nicht alles gut funktioniert so anschluss da machen wir wasserinstallation ja für ein eisekörper jawohl hierher und jetzt kaufen wir eine eizung nein ich will eizung kaufen ich bin auch zu schnell gewesen mit a a shop 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 so eizung jetzt wir wollen ein eizung ein kleiner eizung erst langt auch ich sehe auch sie sehen auch dass mit die kamin ist sowieso auch warme 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 wie sagt man das das auch warme lüfte dabei oder ich sage warme lüfte aber das ist auch keine warme lüfte das einfach ja das kommt alles tipptopp wir werden niemals frieren mit kamin und noch die fernseher das ist auch super ok aber jetzt was ich werde auch jetzt dran mache das ist uns jalousien 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 brauchen wir auch türen fenster ja vor eng und jalousien jalousien ja jalousien breit ja kurz ja das könnte man auch versuchen normal es wird auch funktioniert nein es funktioniert auch nicht ja ich habe die breit vor renge genommen aber nein ich glaube ich muss etwas schnale vor eng ja farbe weiß ok ok wir montieren wir montieren das zusammen ja irgendwie meine planen die bau sind auch relativ durch dem order timing gegangen ja ich bin im praktikum und ich muss zugebe da ist auch sehr manchmal auch nicht für mich die zeit haben ja ich denke auch ich will auch etwas machen für youtube aber manchmal das ist nicht so gern mit der zeit dass es passt auch ok das geht nicht warum es funktioniert nicht die breite vor eng vielleicht diese nein zu lange ist das nicht aber es funktioniert nicht ok gut breit geht auch nicht aber die schmale die schmale geht auch nicht normalerweise ich habe versuche mit der nein es geht auch nicht es geht auch nicht mal liebe ok gut wenn wir haben auch keine jalousie zu einbau ja ok da machen wir auch jalousie weil sonst die leute werden es sagen die leute können uns alle können auch uns sehen so jetzt gerade ok 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 und jetzt dadurch wir gehen drüber noch einmal jawoll jetzt kaufen auch ein отк Bilder und Pflanzendekoration aber es ist alles wunderbar okay ich werde sagen wir gehen in die Badzimmer die Badzimmer machen wir auch fertig aber jetzt was ich will auch jetzt gerade ja erst mal die Tür schließen weil ich werde auch die Eizung hierher bauen ja wir brauchen auch eine Eizung für die Badzimmer im Badzimmer soll sowieso immer eine Eizung da sein da können sie nicht in eine Badzimmer ohne Eizung was dran so was haben nicht man braucht Eizung man könnte auch nicht immer einen Dusch nehmen und sie kommen raus aus der Dusche und ja ich friere nein nein das ist auch nicht so unbedingt was die Leute wünschen sich nach der Dusche und sowieso beim alle ist auch ganz genau ja jetzt du kannst das ja ich habe auch schon die Eizung gekauft ja ich habe ein Eizung gekauft und jetzt aber ich muss das drehen ja ja ich muss das drehen okay aber warum ich habe die falsche Installation gekauft okay ja weil ich sehe auch immer die Installation mit Eizung ja das sind auch verschiedene Anschluss sowieso sowieso so jawohl das ist das Wasseranstalation an Antuch Heizkörper ja ja und dadurch da dachte ich auch mir ich habe etwas falsch gemacht so jetzt die Eizung brauchen wir auch jawohl so jetzt kaufen montieren wir das auch wieder gemeinsam erst mal runter jawohl und ja bei mir ist das auch immer ähm äh äh hallo hallo warum äh jetzt gerade ja jetzt wollte man auch schrauben ah jetzt jetzt funktioniert ok äh jetzt ich werde sagen wir machen die Dusche nebendran Dusche ist auch nicht verkehr weil ich sowieso eine kleine Badzimmer da haben wir auch nicht so unbedingt äh äh Möglichkeit für eine Badewanne Dusche Installation jawohl ja weil jetzt äh mit die Dusche äh muss man auch schauen äh wo könnte man uh an Dusche passt auch nicht ah doch es passt auch IRR ok ähm ja gut aber ich will auch nicht unbedingt IRR die Dusche ich habe auch geplant die Dusche IRR zu haben es funktioniert nicht ok ähm ja in dem Spiel sie sehen auch das Dusche Installation ja ja man könnte auch Probleme haben ok aber gut äh ah IRR ok IRR kommt die Dusche und dann ja die Dusche Installation müssen wir auch machen das ist klar wer kauft dann Dusche braucht auch die Dusche Installation oder so äh Badesimmer Badesimmer ok Dusche Anbauküche äh Dusche Anbauküche haha so jetzt montieren wir so jetzt ah ok dem andere hab ich auch festgeschraubt irgendwie nicht ok dem andere ok ok ja mit die Dusche das ist auch normal das leicht Installation in dem Spiel aber äh ja Moment ah ja jetzt hallo was ist jetzt los ich will meine Dusche Installation machen ja hallo ah jetzt ah ja da muss man auch immer achten was man klickt sowieso ok 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 so jetzt gerade ok alles gut ja wie gesagt das ist ein kleines Badsimmer und dann ich sehe auch nicht so ganz alles was ich mache da ist auch immer die Ratzel bei mir ja ok man schraubt alles aber manchmal der Spiel denkt auch ja du hast nicht so viel Platz für montieren ja ich kann das auch nicht für dich äh gerade so schnell alles machen ja ok so weiter ist das geschraubt ja ok hierher noch einmal jawoll hierher kommen wieder die Sachen jawoll und ja bald soll diese Garten DLC kommen aber das ist auch immer angekündigt seit ähm Februar so mit Februar haben die das angekündigt es soll bereit kommen aber es ist immer nicht etwas zu sehen gut ich mache auch keine Vorwürfe die Entwickler haben wahrscheinlich viel zu tun für die Moment aber schon gut dass die die haben auch sehr viel gemacht für Halloween für äh für Weihnacht haben die auch was gemacht ja ok jetzt ich werde sagen machen wir hierher die Spülbeck und eine Waschmaschine sollte auch ja da haben wir auch Platz für eine Waschmaschine normalerweise aber äh ich muss auch gucken mit einer Waschmaschine nein das passt auch nicht hierher haha da ist auch so wenige Platz wenn ich will alles so haben so wie in einem normalen Badsimmer ja da ist auch kein Platz ok äh da brauchen wir wieder Anschluss Anschluss Installation äh Wasserinstallation der Spülbeck jawohl das brauchen wir ok jetzt ich kaufe mal eine Spülbeck aber ich weiß auch nicht was für eine weil mit einem Schrank Schränke ich glaube da haben wir auch nicht so viel Platz wegen der Dusche und da möchte ich auch das nicht machen so gut aber ich habe jetzt ah Moment mal ja ich weiß auch warum ich habe Probleme ich muss erstmal äh alles aufdrehen weil sonst es kommt keine Spül weg so jetzt jetzt kommt die Spül weg auch jetzt war ich auch wieder weg ok jetzt kaufen anbaue Spül weg so montieren wir das auch gemeinsam jawohl äh ja eben montieren ja ich habe auch geklickt aber irgendwie das hat auch nicht so reagiert ok jetzt schrauben wir auch wieder das ok ok und jetzt ok hoppla da muss ich auch das auch so machen ok so jetzt gerade ok schrauben ja und ich habe die lichte lichte vergessen im wohnzimmer das muss man noch machen in die wohnzimmer aber das machen wir auch gleich wenn ich habe auch jetzt die ok jetzt ok und noch einmal drücke jawohl ok so wie ich so wie ich aber das kommt noch feine details das wir mal auch machen äh boh 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 wo ist äh dem Spiegel dem Spiegel brauche ich ja da war ein Spiegel der ist auch nicht weg ha 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 Schreibtafel nein da wollte man auch nicht eine Schreibtafel ah hier Spiegel jawohl Spiegel im weiß ok 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 jetzt werde ich sagen mit die Lampe äh muss ich auch gucken wo war das Lampe jawohl Wandlampe äh hier war das Doppelwand Flur für Bad jawohl äh ja jetzt funktioniert ok 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 so jetzt hm ein äh Waschmaschinen kommt überhaupt nicht mehr in Frage weil äh ich sehe schon da ist auch viel zu eng ja dann sollen die Leute irgendwie bei die Mama oder keine Ahnung bei wem die ganze Klamotte äh sauber machen aber äh leider ihrer ist das nicht mehr möglich ja das ist auch ein kleines Haus es ist auch nicht eine riesige Badsimmer und dadurch ja oder ich versuche mal äh ja ich könnte mal etwas gucken gut aber ich denke mal schön machen wir auch ihre äh ja nein das wäre auch nicht funktioniert ich könnte mal schauen aber äh ich weiß es nicht ob das wird funktioniert aber gut ich werde das auch probieren wie gesagt ich habe jetzt die Toilette so eingestellt dass äh das gibt noch Platz so eine äh der teure Toilette bitte weil sowieso wenn das ist teuer alles teuer dann ich bekomme auch mehr Geld normal ich mache auch Profi ok jetzt die Toilette ist auch fertig ok gut mit Waschmaschinen ich werde trotzdem versuchen eine Waschmaschinen zu anstellen das ist auch nicht die Frage nochmal noch Platz äh Wasserinstallation Duschinstallation ja ok jetzt mal schauen ja doch das wird auch funktionieren gut dann ist auch wie gesagt uah nein es passt auch nicht es passt auch nicht weil ich glaube nicht dass ich habe Platz für ähm bewegen ich versuche mal trotzdem das auch nicht dass ich sage es gibt keine Waschmaschinen muss man auch trotzdem versuchen aber so elektrisch Ausrüstung ja wo ist die Waschmaschinen ah aus alten Waren ja nein aus alten Waren ist das nicht zu sehen ok Badzimmer in die Badzimmer nein in Badzimmer ist auch ah doch Anbau Waschmaschinen so ich versuche mal aber pff nein es passiert es passt nicht schau dir das an das nimmt so viel Platz und dann ist auch kein Platz mehr für die Toilette hahaha nein da machen wir auch keine Waschmaschinen es ist nicht möglich es ist nicht möglich dadurch ich verkaufe wieder die Installation ja gut das ist nicht möglich eine Waschmaschine zu haben irer gut irer wäre auch Platz aber pff ich weiß nicht ganz genau man könnte versuchen so ich versuche trotzdem zu Tricks nicht zu Tricks aber ich versuche trotzdem eine Waschmaschine zu installieren weil es gibt auch Geld zurück so zurück nicht aber da ist trotzdem auch die Leute interessiert weil es gibt eine Waschmaschine ah doch es könnte funktionieren ja wo ist die Installation ja ok es könnte auch funktionieren kleine Badsimmer aber ja wenn es funktioniert dann alles gut vielleicht die Kunde aber ein ADRS auch für diese auszukaufen haha und dadurch ich mache auch Profi aber uh ja doch so passt so passt so passt mit die Waschmaschine ok sowieso da ist noch Platz ok gut ich kann nicht bewegen oh ich kann nicht bewegen bis die Wasch weg oje oje nein gut ich muss sagen ja pff da da soll die Menschen auch nicht groß sein oder so dick haha nein es rentiert sich nicht ich verkauf das das gibt keine Waschmaschine egal die sollen ohne machen das gibt auch sowieso die Waschladen ok jetzt ich schaue noch grad mit euch da machen wir trotzdem Lampe aber ich werde sagen ich mache auch Wandelampen weil es sieht auch besser mit Wandelampen ja eine Badsimmer habe ich auch nicht so gemacht aber kochen viel ja man könnte auch ruhige einen neu in stellen ja machen wir grad zwei stück hoppla ja das wir die 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 kunde haben auch irgendwie licht ja so jetzt mal probieren wie die licht aussehen ah so l ist das richtig gut richtig gut ok gut jetzt machen wir auch die Badsimmer am Ende und dann mache ich auch diese Part am Ende weil ich will das auch für wir sind grad Samstag und für Sonntag will ich das auch für euch oder Türenfenster nein wollte man nicht so ich will das nicht so elektrisch sonstiges Türenfenster vorhängen Jalousien jawohl aber angeschlossene Jalousien sowieso weil da möchte auch keine Leute gesehen werden wenn die machen auch private Geschäfte oder da das ist auch extrem extrem Verbot alles zu schauen wie ihre Narbarin nackt ist in dem Dusch oder gut bei mir nein ich möchte das nicht unbedingt dass ich werde auch beobachtet ok gut ich werde sagen die Badsimmer ist abgeschloss dann machen wir auch Schluss mit dem Badsimmer ok jetzt die Wohnzimmer ich wollte noch Licht haben aber mit dem Kamin das ist auch super ja das ist ein kleines Haus das ist auch keine riesige Haus was was ich habe jetzt gekauft die letzte mal weil sowieso diese Weihnachthaus hat mir auch sehr sehr viel Geld gekostet und jetzt ja muss man auch irgendwie auch sparen so sparen nicht aber muss man auch realistisch zu sehen wie alles funktionieren mit das Geld in dem Spiel so jetzt ich werde sagen machen wir auch diese Licht oder passt das überhaupt nein es passt nicht ja irgendwie oh ich habe auch mal eine Idee wir haben auch diese Stehlampe Wandlamp ja nein stehlampe wo sind die ah stehenden ja äh äh tischelampe fußbodenlampe fußbodenlampe ja ich werde sagen Mama diese fußbodenlampe kubel ja das wir haben auch nicht so unbedingt eine große belöchtung so äh ich werde sagen wo könnte man auch die andere Licht ansetzen ja warum nicht neben die fernseher zwei stück gut gut defekt die werden auch nicht so gut benutzt aber ich glaube es passt auch schon so jetzt mal schauen über die lichtschalter ja wo ist die lichtschalter ja wo ist die lichtschalter oh da ist auch keine lichtschalter lichtschalter ja ok dann muss ich auch das kaufen weil wollte man auch wissen wie das ist hell genug oder dunkel muss man auch alles achten zum anschluss äh moderne lichtschalter ja 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 wir nehmen auch einen modernen lichtschalter weil das bringt doch nicht wenn man auch einen standard ja ich glaube das mit der türe war ich auch gut mit der türe habe ich die türe gut eingebaut ja 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 ok gut ich habe auch gedacht es ist bei auch nicht so schalter bitte ah nein da muss man auch nicht an schalter ansetzt normalerweise muss man auch alle licht anschalten ok gut aber trotzdem trotzdem es gibt auch viel licht da muss man auch nicht mecken oder ja es ist auch genug ok es land da haben die auch richtig gut licht dabei es ist auch nicht zu dunkel oder zu ell ja sie sehen auch das mit dem spiel ich habe ab und zu grafikprobleme oder ich weiß es nicht ganz genau ich muss das noch schauen die letzte mal weil irgendwie da kommt alle details manchmal kommen die alle und manchmal nicht aber gut so jetzt das ist auch fertig mit die wohnzimmer wohnzimmer badzimmer haben wir auch gemacht haben wir gemacht und mit die kamine ich finde das extrem super ich finde das extrem super ok da tue ich ich mache auch diese part am ende und in der nachste folge in der nachste folge wäre das äh so schlafzimmer fertig und noch dazu das aus wird auch äh versteigert mal sehen wie viel kommt aus profit für das aus für die renovierung ok bleibt sie dran ich wünsche euch alles gut und ciao macht's gut